Sommer 2015. In Darmstadt findet der Kongress Kinder Mischen mit statt, eine Fachtagung zum Recht des Kindes auf Mitsprache und Beteiligung. Das einzigartige, Kinderbeteiligung soll nicht nur diskutiert, sondern auch praktisch umgesetzt werden. Neben 80 Erwachsenen sind auch 50 Kinder eingeladen, sich aktiv an der Tagung zu beteiligen. Doch wie gestaltet man einen Kongress kindgerecht und ohne, dass die Erwachsenen dabei zu kurz kommen? Wie bereitet man die Kinder darauf vor, ihre Sicht der Dinge einzubringen? Was kann man tun, damit der Dialog zwischen Groß und Klein auch auf gleicher Augenhöhe stattfindet? Und wie müssen Plänen und Arbeitsgruppen sein, wenn man nicht lange still sitzen kann und möchte? Den vier Veranstaltern stellten sich im Vorfeld viele solcher Fragen. Es ist ein Experiment. Wie wird es gelingen?